Hi! Moin Leute, was geht? Nur eine kleine Information zu dem PC. Anfang nächster Woche kommt der PC. Ich dachte erst mal, der wird zwei, drei Wochen dauern, weil da stand nichts drin mit Versandverarbeitung. Und heute stand für Versand bereit. Das heißt, der wird jetzt auf die Reise geschickt zu mir. Und, ey, ich freue mich so mega. Alter, ich habe so viel geplant mit euch im Stream. Neuer Content kommt, die Turniere, was wir machen. Es wird geil. Ich freue mich schon mega drauf. Hoffen wir auch. Ähm, zweitens, Alter, die Sonne, Junge. Zweitens, ich habe gerade die Insta-Aufgabe, ne? Dass ich Leute auf Insta anscheite, die ich überhaupt nicht kenne, und fragen nach 1wels1, wenn sie gewinnen bekommen. Die Litte, wenn die verlieren, müssen sie tanzen oder singen, ne? Also, habe ich viele schon angeschrieben. Und ich muss sagen, es macht mir einen mega Spaß mit den Leuten. Die sind alle so sympathisch und es macht so eine Laune mit sich so, ich sag mal, zocken. Und, ja, hatte der Einzel-Ding, wo, äh, 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 ich sag mal, ich sag eine Zeichen jetzt. Ich glaube, wenn er in der Video gucken tut, er weiß, ich bin cringe. Der ist aber ein bisschen herzgeschlossen, weil der Kleine ist genauso wie wir alle. Wir sind cringe, wir sind verrückt, genauso ist er auch. Wir können so, wir haben so viel geredet, wir hatten Spaß. Mega, hat mega Spaß gemacht. Auch der Michael, lustiger tut, ja, jederzeit zu lachen. Der lacht auch immer im Moment. Wenn er lachen tut, musst du mitlachen, weil... Sunshine, ne? Und da war auch eine, eine nicht negative Seite, sondern da war auch eine Aktion, wo ich dachte, Scheiße, was er da macht. Ich hab ein 19 geschrieben, komm, Bock auf 1-1, komm, warte fertig. Dann schreibt er mir zurück, halt die Fresse, du Hurensohn, komm, 1-1, die voller die weg. Ich dachte, er meinte, es ist ja so Fortnite-mäßig, weißt du? Er hat mir nicht so lauttonig, du Bot und so, aber weißt du? Und dann hat er geschrieben, wo soll ich hinkommen, wir kommen auf die Fresse. Und da wurde ich, oh. Er meint wie live, ups. Ich schreib ihn an, ich sag mal, bist du da hingeblieben? Ich meine, das ist Fortnite, so cool. Er hat die Fresse, jetzt hast du keine Angst. Ich sag, ich hab keine Angst, ich glaube, du sagst, wo ich wohne. Und er so, also 1-1 im Fortnite, meinte er. Ich sag, ja, 1-1 im Fortnite. Halt die Fresse, du Hurensohn, hab mich geblockt. Also manche Leute sind voll komplett Baba, Alter. Ich wüsste doch auch nicht. Ich könnte vielleicht sagen, 1-1 im Fortnite. Das war doch mein Fehler. Aber ich hab viele Leute geknommen. Und ihr würdet öfters machen, weil das macht mir mega Spaß. Und ich danke an Fabi, ohne Scheid. Fabi ist ein richtig geiler Dude. Mit dem kannst du quatschen, der ist cringe wie Ecke. Der ist verrückt. Und mit ihm kannst du von jedem Thema unterhalten. Der ist gut. Dann hören wir uns zur nächsten Information. Bei dem nächsten Video oder nächsten Stream oder etc. Ich warte mal, ne? Warte rein. Kuss auf die Nuss. Tschüss.